Hallo, mein Name ist Anja und ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Wochenbettstation im Marienkrankenhaus. Hier auf der Station versorgen und betreuen wir frisch entbundene Mütter mit ihren Neugeborenen und beraten Frauen mit Risikoschwangerschaften, bei denen Mutter und Kind eng überwacht werden müssen. Wir sind ein Level-1-Haus und betreuen somit auch Frauen, deren Kinder ab der 24. Schwangerschaftswoche geboren werden. Zu meinen Aufgaben gehört die Kontrolle der Vitalparameter, die Blutabnahme bei Frauen und Neugeborenen und die tägliche Wochenbettvisite, um den regelrechten Verlauf des Wochenbettes sicherzustellen. Wir sind ein Team bestehend aus Krankenschwestern, Hebammen und Kinderkrankenschwestern und arbeiten dabei eng mit unseren Gynäkologen, Kinderärzten und der neonatologischen Intensivstation zusammen. Unser oberstes Ziel ist es, die Bindung von Mutter und Kind zu stärken und frischgebackenen Eltern Sicherheit und ein gutes Gefühl zu geben. Wir sind zertifiziert mit dem Prädikat babyfreundlich und auf dem neuesten Stand zu Themen wie Stillen, Milchbildung, Säuglingsschlaf und zum richtigen Umgang mit dem Kind. Hier hat jeder die Chance sich weiterzubilden, z.B. als Still- und Laktationsberaterin, als Praxisanleiterin oder als Painless. Jeder kann sich hier frei entfalten und seine Stärken zeigen.